Joa Leute und Willkommen zu einem kleinen neuen Video für Zwischendurch. Heute kam doch noch eine JBB 2018 Qualifikation, allerdings lohnt sich hier ein erster Eindruck nicht wirklich, weil ich die Quali schon kenne. Und zwar ist der Kandidat Krix. Krix hat seine Quali ja auch schon mal selber hochgeladen, weil er gesagt hat, dass er doch nicht im JBB mitmachen will. Scheinbar haben die nochmal ein bisschen drüber geredet und Krix scheint jetzt womöglich doch mitzumachen, also ich denke mal schon. Krix hat da auch schon mal ein kleines Statement zu rausgehauen, wo er gesagt hat, vielleicht mache ich eine Runde, vielleicht aber auch nicht. Ich denke aber schon, dass die JBB Community ihn genug motivieren kann, denn die Bewertung sieht echt top aus. Also Leute, habt ihr Bock auf eine Krix-Runde? Ich auf jeden Fall schon. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schönen Abend euch noch und ansonsten bis dann. Ciao.